also ich habe keine ahnung ich habe keine ahnung von wem diese handy nummer ist wirklich ist ja aber ihr könnt ruhig alle da anrufen und ihr könnt auch ruhig mit diesen blöden auch keine ahnung wer ist auch immer diese dumme küh anrufen treffen also ich hab ich hab keine ahnung wer das wirklich ist aber ihr könnt ruhig alle da anrufen also wenn es eine dumme kuh ist dann könnt ihr die alle ruhig anrufen und da könnt ihr auch ruhig mit diese blöde kuh darf abreden ist mir egal wenn es eine dumme schlampe ist dann könnt ihr ihr ruhig doch mit dieser blöde kuh darf abreden und da wenn es eine lesbe ist könnt ihr auch ruhig mit dieser blöde kuh darf abreden und wenn es eine frau ist die aber ein mann sehr sehr gerne sein möchte dann könnt ihr auch mit dieser blöde kuh da halb mann halb frau da könnt ihr ruhig mit dieser blöde kuh die halb mann und halb frau ist verabreden aber ich nicht wenn das handy nummer von einem mann ist also wenn es ein handy nummer von einem mann ist dann will ich mich mit ihm treffen dann will ich auf jeden fall also wenn es ein mann ist dann ja dann will ich treffen wenn ich dann nicht also wenn es kein mann ist dann will ich das auch nicht mit dem treffen wenn es darum ist dann will ich auch nicht wenn es ein mann ist will ich mich mit ihm treffen aber wenn es eine dumme kuh ist die schlampisch und lesbisch ist gar keiner will ich mich mit dem treffen niemanden will ich treffen mit denen weil es eine dumme bekloppte frau ist die halt mann ist wichtig bekloppte kuh ebis nicht haben und ich will diese blöde kürze wieso nicht haben und ich will gar keine von denen haben halt und ich will mich auch ganz und gar nicht mit niemand vor diesem kloppten tür im fahrabreden setzt wenn halb mann nein mein gott